Hallo, ich begrüße dich bei Learning Level Up. Thema dieses Videos ist die Friedel-Krafts-Alkylierung. So handelt es sich bei der Friedel-Krafts-Alkylierung um eine elektrophile aromatische Substitution. Benannt wurde der Reaktionsmechanismus nach seinen Entdeckern Charles Friedel und James Mason-Krafts. So wird bei der Friedel-Krafts-Alkylierung ein Aromat unter Einsatz einer Louis-Säure, die als Katalysator wirkt, mit einem Alkyl-Halogenit, einem Alken, einem Alkin oder Alkohol umgesetzt. Im Ergebnis der Reaktion entsteht ein Alkylaromat. Die Alkylierung kann auch intramolekular erfolgen. Ein Beispiel ist die Synthese von Tetralin. Die Friedel-Krafts-Alkylierung ist eine reversible Reaktion. Alkylreste von Alkylaromaten lassen sich auf andere Aromaten übertragen. Nun wollen wir uns mit dem Reaktionsmechanismus der Friedel-Krafts-Alkylierung beschäftigen. Dazu betrachten wir beispielhaft die Reaktion eines Alkyl-Hlorids mit Menzol. Die Louis-Säure leitet die Alkylierung ein. Als Katalysator schwächt er die Bindung zwischen Halogen und Alkyl-Rest. Der benachbarte Kohlenstoff wird dadurch weiter positiviert. Der dadurch gebildete Komplex kann als elektrophiles Reagenz wirken. Wenn der Alkyl-Rest in der Lage ist, ein Carbocad-Ion zu bilden, kann dieser den Aromaten elektrophil angreifen. Dabei wird die Aromaticität des Rings vorübergehend aufgehoben. Durch Abspaltung des Protons re-aromatisiert sich das vorläufige Endprodukt. Auf den Aromaten wurde bei der Reaktion eine Alkylgruppe übertragen. Als Endprodukt entsteht ein Alkylaromat. Die Louis-Säure wird regeneriert. Wenn bereits Alkylgruppen am Aromaten vorhanden sind, aktivieren diese den Ring für weitere Substitutionsreaktionen. Der Grund ist der positive induktive Effekt der Alkyl-Reste. Bei milden Reaktionsbedingungen sind Alkylgruppen ortho- oder paradirigierend. So entstehen bei hohen Temperaturen oder starken Louis-Säuren Metaprodukte. Das Wichtigste noch einmal kurz zusammengefasst. Die Friedel-Kraftsalkylierung ist eine elektrophile aromatische Substitution. Bei der Reaktion wird ein Aromat mit einem Alkylhalogenit, einem Alkohol, einem Alken oder Alkin umgesetzt. Dabei entstehen Alkylaromaten. Wenn du weitere Informationen benötigst, auch zu anderen Themen, dann schau doch in unsere Chemie-Playlist. Unsere Lernvideos kannst du übersichtlich geordnet abrufen unter folgendem Link. Also bis gleich bei Learning Level Up! Offose auf das womenstief elo What! Aber wenn wir dieses Mal seitens am Strandhä clampen mit drinnen Dann ist das erste Mal. Untertitelung des ZDF, 2020